Echt strange, die Alte. Lebt hier allein und lässt mich bei sich wohnen. Ist bestimmt Psycho. Bäume kann man an Pfähle binden, damit sie grad wachsen. Mein Vater hat sein Leben lang gedacht, dass man das auch mit Menschen machen kann. Wie kommt es, dass man das Kind von Eltern werden kann, die von Anfang an nicht zu einem passen? Im Garten wachsen alte Sorten, alte Obstsorten, lauter uraltes Obst. Hier spricht ihre Vergangenheit. Was ist denn dieser Schachtel? Ist die von deinem Mann? Ich rede nicht über diese Schachtel. Wenn du willst, kannst du gerne wieder zurückfahren. Du wirst gesucht. Ich will tot sein für die. Du bist doch nicht glücklich. Wieso wärst du sonst hier? Was? Denkst du das? Als ich hergekommen bin, war ich nicht glücklich. Aber jetzt gerade? Das ist der Garten mit den alten Sorten. Das ist der schönste Garten, den ich überhaupt jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Vielen Dank. Das ist der günstige Garten. ann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020